Bille im Schnee, der Pirat. So, erster Pirat-Bezündung. Gut. Als nächstes haben wir hier einen schönen Knaller vom Veku. Als nächstes kommt der Booster-Böller vom Panther. Zündung. Wow. Als nächstes machen wir einen Schock. Und als nächstes machen wir den Dünner mit. Einmal Dünner mit und dann sind wir auch schon wieder fertig. Zündung. Zündung. Wow. Auch cool. Wow. Okay, das war's wieder. Tschüss.